Hey, hey, Tape-Tec-Freunde. Heute mit Nadja Lindsch und Helmut Ebritsch Klartraum als erstes und dann die Nadja. Zum Schluss Lucidflow Showcase heute live aus Berlin. Ich wünsche euch viel Spaß in den nächsten vier Stunden. Tape-Tec live aus Berlin. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 , bis zum nächsten Mal. Ja, geil Ja, ihr hört Tape Tech hier aus Berlin mit mir, Matthias Meindl und das war Klartraum live mit dem Helmut und mit der Nadja Schönen Dank Hat Spaß gemacht So, jetzt haben wir die Nadja noch zwei Stunden alleine Nadja allein Jetzt muss er aber noch mal neu laden, klar Wir müssen jetzt hier nicht noch mal einen neuen Rechner aufbauen Das heißt, ihr müsst ganz kurz warten und dann geht es hier gleich natürlich weiter Ja, der Helmut kann noch ein Chord spielen, sagt er So einen kleinen Flächenchord extra so ein Wartekord nennen wir den jetzt Ein Wartekord Da kommt was Ja, so einen kleinen drei Stunden Wartekord Die Nadja ist fleißig am Fummeln dabei Ja, wenn er uns natürlich für die Facebook-Freunde, die gucken hier bei live kommt zu uns kommt zu uns auf die Seite dann könnt ihr da natürlich auch noch mal live zugucken Oder bei uns natürlich direkt von einem besseren Bild und einem besseren Sound auf www.sonos.fm Da seid ihr wahrscheinlich auch deswegen könnt ihr mit uns auch chatten auf unserer Internetseite Ja Oder gibt Kommentare ab bei TAPETEC auf Facebook Ja, und wo wir schon mal bei sind Ich gehe mal rüber zum Helmut Können wir gleich mal was sagen oder was fragen Bier ist umgekippt Kann passieren So, der Helmut sagt gerade im April? Ne Warte, wir lassen ihn selber reden Moment Ne, ne, ne Im Oktober gibt es ein neues Klartraumalbum Wir haben noch keinen Namen dafür Aber es gibt auf jeden Fall eins Wir haben nämlich genug Stücke Viele haben wir davon schon gespielt Wir wissen nur noch nicht genau welche Stücke jetzt auf dem Album landen Ja Aber das hier was er jetzt uns gezeigt hat war ganz neu Die zwei Stunden Habt ihr ganz neu rausgebastelt extra für uns Ja, wir haben gemerkt wir müssen alles noch zusammen schnipseln bevor wir hier spielen Also haben wir die letzten fünf Tage eine Woche dabei gesessen und das alles vorbereitet und das ist alles sehr fresh inklusive Patrick Lindsay Remix Diggler Remix Vineyard Remix und was haben wir hier noch alles Also nicht nur Remix sondern natürlich auch eigene Tracks aber da sagen wir noch nichts zu Die tauchen dann irgendwann auf Müsst ihr euch rausschneiden wenn ihr da natürlich noch mehr haben wollt Ja, auf eurer Seite gibt es natürlich auch wieder ein schönes Video was du wahrscheinlich zusammengeschnitten hast von der ganzen Aktion hier heute Ist auch immer sehr beliebt wie wir gesehen haben poste ich natürlich auch bei uns dann Ja So, ich glaube sehr sehr beliebt Wann war ich das erste Mal da? Ja, wann wart ihr das erste Mal da? Ich glaube 2011 2009 haben wir angefangen mit Tapedeck 2009 Ich glaube früher 2010 müsste das sogar schon gewesen sein Da war noch die alte Folie drüben im anderen Zimmer dran Ja, ja Man erinnert sich Aber ihr seid ja gerne hier Ja Und ich lade euch auch immer gerne ein Immer schöner Jetzt haben wir auch die Kugel Die dreht sich endlich Viele haben gesagt Lasst doch mal die Kugel drehen So, Nater sagt schon so Hört sich gut an So Bist du schon drin, Nadja? Nadja ist schon drin Dann Nadja ist drin Ja Na dann würde ich sagen Viel Spaß Zwei Stunden jetzt nochmal Nadja Lind Solo Ja, was zu trinken kriegst du natürlich Bring ich dir Ja, selbstverständlich Dann viel Spaß Tapedeck Hier live aus Berlin Noch bis 22 Uhr Auf www.sonos.fm Viel Spaß Weiterhin Weiterhin Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Schuss Tschüss Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.